Nicht wieder rausspringen du da mit dem Gipsbein, nicht wie... Jetzt hat er doch getan. Hey, super! So, jetzt geht's wieder los, alles einsteigen, wir fahren los. Ich hab schon gedrückt, ich hab schon gedrückt, ich hab schon gedrückt. Ich hab schon gedrückt, ich hab schon gedrückt. Ha? Ja, letzte Mal verstanden. Frank kann ich! Meine Party People! Also, der nächste Party People entscheiden, wer der nächste ist, der Pferd. Wir machen immer einen Kreis. Also, heute fährt kein Party People, heute fährt meine Kevin. Ja, wir machen mal eine speciale Sonderfolge. Starten, das Auto einsteigen, fertig, drücken und abgehen bei... Schnitt! Wir müssen mal drücken hier. X. Ja, X. Nochmal. Nochmal. So, in diesem Sinne, ich hoffe, der Ton nimmt auf. Hallo, Ton! Ja. Hallo, Olaf! Schau, das sieht drauf, oder? Zeig, ich finde, das ist mal nicht so gut. Ja. Er weiß wohl, das geht. Ja, nee, er weiß. So, Kevin fährt. Wir wissen immer noch nicht, was das Spiel haben, aber wir fahren hier ab, geht in die Party! Kevin am Steuer! Ich brauch Bier, ich hab keine Bühne. Ui, 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 ui. Wir haben viele Autos für eine Leckung, Alter. Und springt! Nicht LKW, ja? Ja, ehrlich, ey. Rechts! 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 Wo ist meine Rechts? Links! Rechts! Rechts! Da ist der Jackpot. Ja. Ja, genau da. Aber bis jetzt, ich glaub, ich hab Montags angefangen, wir haben Dienstags, Brüli hat bis jetzt immer mal geworden. Jawohl. Ja, Mann. Hatta tata 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 Tata. Schlepp zu, ne? Dreht mal! Ah! Wauw, nicht den Pizza rott? Ja, Brüli, sag dich mal. Für Schlechte Zeiten. Ihr seht's doch nicht hier. Nur Deko, ne? Ja. Wieso? Das so ist alles so richtig. Was noch? Was geht's denn? Wo denn? Alles gut, alles gut. Denk klick klick schon! Ja, hab ich gesehen, hasst du... Alle sitzen hier, alle sitzen hier, Tobi sitzt hier, Starbark sitzt hier, Fische sitzt hier, Kevin sitzt hier, Mini-Mücke sitzt hier, Brülle sitzt hier. Frau Wendler sitzt hier. Wer ist Frau Wendler? Frau Brülle. Ich sitze ja nicht hier, oder? Wo ist denn deine Freundin? Ich habe keine Freundin. Das war so eine Freundin. Die letzte Tür war, wie heißt sie? Ah, Fiona. Fiona, wo ist sie? Fünf-Euro-Challenge, Papa. Nee, ist auch nicht, ich war hier. Wo meinst du, sie wohnt hier, oder? Nee, sie wollen jetzt auch mit mir zocken, oder? Ja. Ich frag dich mal. Fische heute online? Okay, komm vorbei. Hahahaha. Deswegen kommt die Einladung von etwas später, oder? Ich glaub, wenn Kevin fährt für den Dienstagsfolge, ist das spannend genug hier. Das ist halt richtig geile Rennenmusik, sowohl so. Meistens weiß davon, dass es nicht viel los habt. Meini, meine Welt sind die Berge. Carta! Ja, wir können mal gucken. Da war der T-Rex. Wenn ihr ihn alle gesehen habt, ne? Ja. Grüßen von mir. Ja, das ist gut, ne? Ja. Ich weiß jetzt extra anbelangt, um die T-Rex zu grüßen. Gibst du den Hochdach? Ja. Ich geh nur nicht dran. Der hackt doch schon wieder. Der fährt einfach noch gut. Wie gesagt, mit dem Alkohol geht der besser. Scheiße! Ja. Ja, du findest du, der mag auch gut. Du dreier. 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 Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du dreier. Du dreier. Das ist qualifiziert. Wer ist der nächste? Ja. Ich glaube nicht. Du dreier. Du dreier. Du dreier. Die Wender, die rennen. Die Wender geboren, wenn man so besoffen sagt. Sie besoffen, weil er dir besoffen erstellt hat. Du dreier. Hast du gerissen? Drei Promille, Alter. Du dreier. Du dreier. Aber Mann. Wir gehen zu. Weißegal. Wuppertal. Wuppertal. Scheiße. Ja. Wuppertal. Sexy Banana. Tiki Taka. Yo. Passt doch noch. Ja. Passt doch noch. Mit der Heckmacken hier. Wo seid ihr da? Man könnte denken, wir fahren noch. Wir waren in der Sirm-Fahrschule. Die Fahrschule haben wir. Oh mein Ernst. Auto kaputt machen. Der Lertmann. Der Lertmann. Ah, da passt doch noch hier. Der Lertmann? Der fährt dir nicht mit. Der kommt noch. Überleb mal, wenn die Brüder hier zieht Abonnenten drin. Bist du auch klein gestellt? Ja, du warst auch klein gestellt. Mein Gott, fahr doch. Du warst auch klein gestellt. Scheiße. Boah. Ich hab keine Ahnung. Du, er kennt deine Blaze besser als du. Ich hab da nicht drauf gehalten. Ich hab da nicht drauf gehalten. Ich hab da nicht drauf gehalten. Alles gut. Der Bappé ist total für... Curry. Ja, jetzt ist sie wieder so. Ja, ja. Nein, nein. Diesmal ist erbrunlich schon. Ich hab da eine Aufnahme. Ich hab da nicht las. Jetztków lipstick. Wir haben die Aufnahme. Ey, da war der komplett cool war. Drei, glaub ich habe er jetzt. Nein, ist ja gar nichtsances worden. Ja er redet. Die comprendre sind doch noch ganz kurz! Aber haben wir gerne. Wir werden sehen. Ripps ab. Na, Brüder, bis jetzt. Du bist auch Erster. Spring! Ja, nicht mehr lang. Ja, vielleicht bist du mehr auf dem Preis. Ach nee, gar nicht. Du hast sieben Minuten für zwölf gefahren. Hast du auch eine gute Zeit. Wurzeln wir noch Erster? Es ist doch kein Dreck zu Ende hier. Wir sind noch nicht am Ende. Wenn ich fahre, schmeckt hier auf dem Letzten. Ja, ich kenne die Bremse dritten. Ich kenne nur Gas. Ja, ich kenne nur Gas, ne? Wer Brems verliert. Genau, der Brems verliert. Scheiße. Ja, ist Sauertscheiße. Ihr Arztländer, Alter. Schaffst du das? Schaffst du das? Boah, voll. Nee, 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 nee. Komm, warten wir doch. Nicht für uns Freifahren jetzt. Groß, Kevin! Ja, bloß. Arsch doch. Willst du Freifahren jetzt? Du schaffst es noch. Guck mal, zwölf Stunden noch. Ja, ja, ich schaffst es nicht. Nicht für uns Freifahren. 8, 7, 6, 5. Straße gesperrt. 2, 1, jetzt. Jetzt. Hallo Treffer. Ja, ich hab ja noch alle in 2. Zeit. Aber alles geplant, aber alles geplant. Ja. Also bis jetzt ist der Guli Erster. Bis jetzt. Ja, ich werde doch nur Dritter. Ich gewinne immer. Was wünschst du? Oh ja. Was? Ja, gib einfach. Klapp mir meine Joypads hier. Ich werde meine Kontrollers selber machen. Ja. Wer fährt jetzt? Ja, ich. Darf ich mal abspeichern? 2 oder 1. Ja, hier nimm. Ich bin extra gefahren. Sie scheiße auch wenn ich gewinnen. Ja. So, da ist Kevin. Ne, dann bin ich. Ich als Kevin. Ja. Ich als Kevin. Huah! Ich hab mir da irgendwo draufgedrückt und weiß nicht warum. Oder wohin. Äh, ja. Ne, in diesem Sinne. Also aus einem Video können wir das nicht machen. Sonst guckt ihr hier nur 3, 4 Stunden bis vor allem. Wo ist es hin? Ne, in diesem Sinne Hausherin. Wir sehen uns morgen wieder. ulis drein. Auf Brüleesees. Ja, Mama. lieih! ow... Vielen Dank.